Seid mir gegrüßt meine lieben Nakama und herzlich willkommen hier auf GensoTV und zur Review von Shokugeki no Sanji bzw. Food Wars Sanji und wie es der Name natürlich schon suggeriert, stammt die Geschichte aus der Feder von Yutu Tsukuda, dem Mangaka von Food Wars bzw. Shokugeki no Zuma. Shokugeki ist im Grunde kein regulärer japanischer Begriff, sondern wurde speziell für die Serie Food Wars entworfen und setzt sich aus den Kanji für Essen und für Pike, also einer Waffe zusammen und kann damit folgerichtig auch mit Food Wars bzw. Kochduell übersetzt werden. Und auch Sanji muss sich hier einem Food Wars in diesem Kapitel stellen und auch wenn es streng genommen noch kein Kanon ist, denn es passt eigentlich perfekt in den Kanon von One Piece, kann man es quasi als One Piece Kapitel 42,5 ansehen oder halt eben als Prequel für Kapitel 43, denn am Ende dieses Kapitels erscheint die Going Mary am Horizont. Bevor wir aber dazu kommen, fangen wir natürlich dieses Kapitel chronologisch an und dieses beginnt natürlich mit Sanji, wie könnte es anders da sein? Er kommt gerade aus seiner Pause und wir haben einen störenden Gast, aber es ist nicht Full Body, wie wir später dann natürlich im Barat-T-Ark ihn kennenlernen, sondern es handelt sich um eine voluminöse Frau. Ganz genau handelt es sich bei dieser Dame um Savarin, auch genannt die Zunge, die die Welt umschlingt. Eine berühmte Kritikerin von der Grand Line, die schon in vielen Nobelrestaurants gegessen hat und auch bei Königshäusern und auch Finanzwelt sehr willkommen ist. Sie richtet auch selbst Bankette aus und kocht auch scheinbar selbst und war auch schon der Grund, warum viele Restaurants dann pleite gegangen sind durch ihre Kritiken. Sie ist gerade Gast in Barat-T, hat das Essen dort genossen bzw. es hat ihr eigentlich ja gar nicht geschmeckt. Sie hält es für drittklassigen Fraß und möchte nun eine schlechte Kritik über das Barat-T schreiben. Sie hat viel von Barat-T gehört, aber scheinbar scheint das schwimmende Restaurant nur eine Touristenattraktion zu sein und die Ware, die dort eben serviert wird bzw. das Essen, ist halt eben nicht besser als in einer Frittenbude. Sie möchte gerade schon gehen, da kommt gerade Sanji aus seiner Pause und bemerkt, sie hat ja gar nicht ihre Teller aufgegessen. Die Köche dort sind natürlich alle wütend auf Savarin, weil sie eben ja rumpöbelt und halt auch die anderen Gäste belästigt mit ihrem Taté-Taté, könnte man das so nennen, und möchten eigentlich nur, dass sie schnell verschwindet. Sie soll noch bezahlen, aber dann halt eben schnell raus. Sanji kann das dann natürlich nicht zulassen. Er möchte, dass kein Essen verschwendet wird. Deswegen geht er mit ihr quasi eine Wette ein, denn sie sagt, sie möchte noch genau ein Gericht hier essen, aber wenn das halt eben genauso schlecht ist, dann schreibt sie eine vernichtende Kritik und das Barat-T würde quasi versenkt werden, so wie sie halt quasi auch schon andere Restaurants versenkt hat. Savarin selbst scheint ein sehr interessanter Charakter zu sein, denn sie schreibt ihre Kritiken unter anderem in der Q-News, das ist die allgemeine Zeitung in One Piece, bedeutet, die bekommt quasi jeder und jeder würde natürlich die schlechte Kritik über das Barat-T lesen. Viel interessanter ist aber auch, dass sie sehr gute Beziehungen zur Politik hat, könnte also sein, dass sie mit Königen zusammen oft speist und natürlich auch redet, aber vielleicht sogar auch Tenryu B2. Aber noch viel interessanter ist, dass sie auch sehr gute Beziehungen zum Finanzwesen hat und wir wissen ja, wer der Herausgeber der World Economy News ist, natürlich Big News morgens, könnte also auch sein, dass sie mit ihm zusammen sehr dicke Geschäfte macht beziehungsweise im guten Kontakt steht. Jedenfalls aber können wir festhalten, eine schlechte Kritik für das Barat-T wäre vielleicht sogar das Aus für das Schiff, aber natürlich kommt rechtzeitig Sanji vorbei und da sie ja eben vorgeschlagen hat, sie würde noch ein Gericht essen, schlägt Sanji vor, dass er dieses Gericht kochen wird. Vorher versucht sie ihn natürlich noch abzuwerben, weil sie denkt, Sanji hätte für dieses Restaurant ein bisschen zu viel Klasse und er würde eigentlich als Kellner in einem Nobelrestaurant viel besser verdienen, aber sie weiß natürlich nicht, dass Sanji ein Koch ist und sie lästert auch noch so ein bisschen über Rotfuß-Chef beziehungsweise behauptet, dass der Chefkoch ja irgendwie verblendet sein muss, weil dieses Schiff, also das Barat-T, irgendwie sein Schatz sein sollte. Natürlich kommt es, wie es kommen musste. Savarin prallt damit, dass selbst dieser Kellner und sie deutet auf Sanji ein besseres Gericht zubereiten könnte. Wir sehen auch unter anderem Patty und Karun, das waren ja die Bekannteren unter den kämpfenden Köche, die auch vorschlagen, sie könnten dieses Gericht zubereiten, aber Sanji nimmt diese Herausforderung an und geht eine Wette mit Savarin ein und zwar wettet er, wenn er ein Gericht zubereiten könnte, dass sie befriedigt, dann muss sie auch alle anderen Teller leer essen. Damit kommen wir zum actionreichen Teil dieses Kapitels, wenn man das so nennen mag, denn Sanji begibt sich nun in die Küche, gibt noch Anweisungen an Patty und Karun, die sind natürlich absolut nicht damit einverstanden herumkommandiert zu werden. Sie helfen natürlich Sanji trotzdem, denn Sanji möchte einen ganz besonderen Hummer zubereiten, den sie vor ein paar Tagen gefangen haben. Dieser ist etwas Besonderes, ein sogenannter Tomahawk-Hummer, eine der seltenen Spezialitäten aus dem East Blue. Der hat nämlich keine Scheren vorne, sondern zwei Äxte und legt sich immer auf die Lauer nach Fischen, die er dann filetiert und dann natürlich verspeist. Viele Köche, vor allem Meisterköche von der Grand Line sind an der Zubereitung bereits gescheitert, aber Sanji nimmt es eben mit dieser Zutat auf und wir sehen natürlich so ein bisschen, wie Sanji diesen Fisch zubereitet, wie er die Schalotten klein schneidet, wie er die Pilze klein schneidet. Sehr interessant. Am Ende hat Sanji aus dem Tomahawk-Hummer natürlich ein Meisterwerk gezaubert und tischt dieses Gericht natürlich jetzt Savarin auf. Auch die anderen Gäste sind sehr interessiert, behaupten sogar, dass das Fleisch des Hummers so glänzen würde und nach einem Bissen ist Savarin so verzückt und in Ekstase, so wird es tatsächlich hier dargestellt, dass sie nie etwas Leckeres gegessen hat, was ich ein bisschen übertrieben finde, weil ich meine, sie ist die bekannteste Kritikerin von der ganzen Grand Line, also da sollte sie natürlich auch bei anderen Meisterköchen gekostet haben, aber sie behauptet, es wäre das beste Gericht aller Zeiten und es würde eine Veränderung mit ihr durchmachen, als würde sie eine Teufelsfrucht essen. Natürlich ist das keine Teufelsfrucht, aber sie behauptet, es wäre für sie persönlich die Strip-Strip-Frucht ein bisschen übertrieben, aber es wird halt auch ein bisschen übertrieben dargestellt. Ich finde es ein bisschen witzig, ich hätte es jetzt nicht so übertrieben dargestellt haben müssen, aber okay, wird natürlich auch so ein bisschen vom Vorbild, also von Food Wars übernommen. Doch gehen wir nochmal ein paar Momente zurück, zu dem Zeitpunkt, wo Sanji diesen Hummer zubereitet, denn in genau dem Moment kommt Rotfuß-Zev von seinen Besorgungen zurück und Patty und Karun wollen natürlich, dass Zev Sanji aufhält, aber er sagt einfach nur, lasst ihn machen. Er beobachtet ihn sogar dabei, wie er diesen Hummer zubereitet, eine sehr väterliche Geste, aber auch halt eben so eine Geste, wie ein Meister seine Schüler beobachtet und er stellt natürlich fest und genauso wie Patty und Karun, dass die Fähigkeiten von Sanji einfach 1A sind und am Ende sehen wir auch noch einmal Zev, wie er so ein bisschen traurig schaut und sagt, dass er ihn halt nicht mehr lange hier auf dem Baratie halten kann. Aber jetzt kommen wir zurück zum Ende, denn Savarin hat aufgegessen und zwar auch natürlich die anderen Teller. Sie ist absolut davon beeindruckt, dass ein Kellner so etwas zubereiten kann. Jetzt offenbart natürlich Sanji, dass es hier im Grunde gar keine Kellner gibt auf dem Baratie, denn diese Teilzeit-Kellner, die suchen schnell das Weite und dann müssen die Köche halt eben diesen Job übernehmen und er ist selbst ein Koch und sogar der Sous-Chef des Baratis. Sie ist natürlich komplett beeindruckt. Am Ende erklärt Sanji Savarin auch noch, worum es überhaupt beim Baratie geht, denn natürlich sind sie in der Lage, auch Nobelessen und Spezialitäten zuzubereiten, aber in erster Linie geht es darum, müde Reisende zu bewirten und auch Schiffbrüchigen zu helfen, etwas zu essen zu bekommen. Da spielten natürlich die Vergangenheit mit Rotfuß-Zev, als sie damals schiffbrüchig war, eine große Rolle. Sehr interessant fand ich auch noch, dass die anderen Köche nur davon geredet haben, sie schnell abzukassieren und dann rauszuwerfen. Auch sie wollten nicht gegen Savarin, weil sie eben eine Frau ist, kämpfen. Also sie sind alle so ein bisschen von Rotfuß-Zev beeinflusst worden, dass man eben Frauen nicht schlägt. Zu guter Letzt kommen wir zu der Stelle, warum ich am Anfang gesagt habe, das könnte ganz gut Kapitel 42,5 sein, beziehungsweise ein Prequel zu Kapitel 43, denn Karun entdeckt am Horizont ein Piratenschiff und das ist natürlich kein geringeres als die Going Merry mitsamt Raffi, Zorro, Nami und Usopp, die gerade auf dem Weg zum Baratie sind und damit schließt im Grunde dieses Kapitel direkt an den One-Piece-Manga an, aber streng genommen ist es leider kein Kanon. Mir persönlich hat Shokugeki no Sanji sehr gut gefallen. Ich finde, genau so kann man das Universum in One-Piece erweitern, quasi so ein One-Piece-Slice of Life, das nicht unbedingt immer mit Kämpfen oder irgendwelchen krassen Enthüllungen zu tun haben müssen, sondern das Alltagsleben in One-Piece zeigt und da es perfekt einfach zwischen die Kapitel passt, könnte man es halt einfach so gut erweitern, ohne auf die direkte Story eingreifen zu müssen und ich hoffe, dass Oda sich noch irgendwann dazu entscheidet und sagt, ja, Shokugeki no Sanji ist Kanon, dass es tatsächlich in der Welt von One-Piece passiert, denn es ist einfach ein kleines Meisterwerk, wie der Tomahokuma den Sanji zubereitet hat. Was ist eure Meinung zu Shokugeki no Sanji oder Food Wars Sanji? Schreibt es mir in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One-Piece-Videos und Podcasts. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Ade! In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch nach vorne,